So, geil, jetzt wird erst mal Minecraft gezockt, hey, noch nie gezockt, ne, und normal geil Ich wollte jetzt zocken, wieso ruft er mich jetzt an? Ja, Hanno, was gibt's? Hey, Kalle, ich wollte mich noch mal bei dir melden, also ich hab jetzt hier noch mal in die Bilanzen geschaut Ja, danke Magst du nicht mal wieder schöne Runde so Bus Simulator fahren, auf gute alte Zeit und so? Bus Simulator, 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 Simulator Bus Simulator, Simulator 21 Fahr weg Alter, der ist nicht rübergepillt, ich muss da rein Oh mein Gott So, mach, kannst du nicht mal scha- Stürzen! Nein, ich kann auf gar keinen Fall Bus Simulator spielen Das geht nicht, ich kann das nicht spielen Ich geh da rein kaputt, wenn's halt, und ich hab schon 30 Videos oder so gemacht Und ich wollte jetzt mal Minecraft spielen Bitte tu mir das nicht an Kalle, das ist deine Brand Die Leute haben dich deshalb doch abonniert Ich kann doch jetzt auch nicht morgen da hingehen und Physik-Videos hochladen Also, Fahr mal Bus, ja, tschau Ja, tschüss Kiba Hanno will, dass ich wieder Bus Simulator spiel Dann hör auf zuholen und mach du Flasche Ich kann das nicht Ich habe jeden Witz schon 30 Mal erzählt, sogar öfter Leute, die nicht mal mein Account sind Verstehst du das? Die farmen mit mir Klicks auf TikTok Immerhin machen sie Klicks Ich habe jeden Witz schon 300 Mal erzählt Ich habe jede Fahrt schon einmal absolviert Jede Fahrkarte kontrolliert Verstehst du das? So viele Katzenbilder, die mir auf Instagram geschickt wurden Ich hab einfach versucht, diesen Fluch von mir zu lösen Die letzten zwei Jahre wurde ich nur damit zugeschissen Weißt du, wie ich mein? Ist mir doch scheißegal Verdien Geld und kauf mir Futter Kiba Weißt du, Alex, ich frage mich wirklich, was ich hier eigentlich mache Alter, ich kriege hier richtig Was ist hier denn los? Alarm Ich bin back, Leute Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bus Simulator Ich kann es nicht glauben, dass ich das jetzt hier wirklich tue Ich habe mich die letzten zwei Jahre erfolgreich dagegen gewehrt Aber jetzt bin ich wieder da Und ich bin wieder voll Power Leider habe ich kein Lenkrad Das wurde mir geklaut Beziehungsweise ich habe es verkauft, weil das Money wurde knapp Deswegen sind wir heute ohne Lenkrad da Aber das kriegen wir schon hin Ich habe tatsächlich ordentlich reingegreinert Wie man hier jetzt sieht Bei der Eintracht Spandau Ultras GPH Machen wir in Seaside Valley mal jetzt das Leben unsicher Weil wir waren ja ganz lange in Angel Shores Hier im Bus Simulator 21 schon unterwegs Und deswegen dachte ich Gehen wir mal jetzt Seaside Valley Reingucken Also Seaside Valley ist ja basically Back to the Roots von Was ist eigentlich hier mit meinem Hemd los? So Naja, ihr wisst schon, ne? So Also wir haben hier natürlich einige tolle Erfahrungswerte Die wir mit reinbringen können Wir haben wahrscheinlich die erfahrenste aller Busfahrer Ich habe jetzt hier gesehen Da gibt es da so einen, der das jetzt auch macht Aber Sind wir mal ehrlich Na, die Straßen, die gehören mir Das ist klar Nicht wahr? Äh So Name des Unternehmens Alle Ultras GmbH Spielmodus Story Karriere Sandbox Story Spiele eine führende Rolle in der Geschichte deiner Stadt Entwickele deine Heimatstadt Und schalte alle Inhalte während einer Kampagne mit Herausforderungen Äh Herausforderenden Missions frei Ja Gut Willkommen zurück in Seaside Valley Ja, ich freue mich Unnormal Also dass ich jetzt hier wieder dabei sein darf Ich hätte mir nichts besseres vorstellen können Erlebe das ländliche Dorf Sonnenstein Äh Sonnenstein Tauche ein in das industrielle T-L-L-Triben am Hafen Fahre den internationalen Flughafen an Genieße die herrliche Stadt Kerststadt Und entdecke das lebendige Stadtzentrum von Seaside Valley selbst Denk daran Dich jederzeit an die lokalen Verkehrsregeln zu halten Und das können wir besonders gut Meine Damen und Herren Ihr wisst Bescheid Dann wird deine neue Unternehmung ein Erfolg Dieses kulturreiche und vielseitige Gebiet benötigt ein neues Busnetz Mach dich also bereit Das wird eine glatte und pünktliche Fahrt So Wir haben noch unseren Okay Ich habe ein paar Dinge geschrieben, die wir versuchen müssen Bevor wir dich wieder auf die Straße It's just to make sure the infrastructure is okay And ensure we can deliver a robust public transport system First things first Hey City Hall wants us to run a pilot nightline Just to see how many people would use it Hey Einmal kurz die Bank Du hältst mal kurz den Sabbel Alter, das ist wirklich Hier irgendwo müsste doch hier der Donnerbalken sein Oder wie das hieß Ich habe das Sägewerk Das alte Sägewerk Das müsste eigentlich hier sein In Oakville irgendwo, wa? Ich würde da am liebsten mal vorbeigehen Irgendwie eher einfach rennt, ne? Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich vermisst habe Aber so ein Tucken Nostalgie ist das jetzt sogar schon für mich hier, muss ich sagen Naja, aber Wo ist mein Bus? Wo ist mein Bus? Wo ist der Bus? Business Park Depot Der steht da irgendwie dahinter, wa? Ich will die ganze Zeit mit Leertaste springen Aber es passiert nichts So Okay Aha Da ist mein Mercedes Okay Ich habe ein paar Sachen aufgeschrieben Die wir ausprobieren sollten Bevor es zurück auf die Straße geht Nur um sicherzustellen, dass die Infrastruktur in Ordnung ist Und wir haben Wichtigste 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 Wähle die bestehende Strecke aus Und fahre sie bei Nacht Wie fahre ich nachts? Ich kann noch nichts Okay Ich weiß schon gar nicht mehr, wie mein Auto fährt So Ich glaube hier war die Feststellbremse Bin ja schon letztens auch mal richtig Bus gefahren, ne? Habt ihr ja gesehen, das Video Ja, deswegen bin ich natürlich jetzt absoluter Pro Hä, ist doch weg Oh, jetzt geht's los Ah Also die Grafik ist auch amazing Route wählen Route 1 Jetzt fahren Weiß gar nicht, ob die mittlerweile nach den Jahren auch mal hier was Neues eingebaut hatten Ja, hallo Jetzt ist sie hinten rein So, warte mal, warte mal, warte mal Lass mich hier aufstehen Ey Komm nicht klar Ich komm nicht klar Erstmal aufhören zu blinken Es ist wie, als würde ich meine erste Fahrt machen Wie stehe ich denn auf? So Hallo Ganz kurz Bin hier so quasi der Megastar der Szene Du kannst dich basically ein bisschen glücklich schätzen, dass du jetzt mit mir Auto fahren darfst Hier Bus Deswegen Das schone mich mit irgendwelchen Scheißdingern da Äh, hier Bildern Wo will ich eigentlich hin? Hallo? Hallo? Ich wollte nicht gleich abheben Hallo? Ah, hä? Ey, einmal in die Fahrkarte bitte Kannst du nichts sagen? Okay, dann ciao Dann fahren wir mal wieder weiter Ich fahre Bus Weil ich es muss Ich mach das alles nicht freiwillig Aber ich brauch die Knete fest Du bist zu schnell Aui Temperatur kostet 1400 Es geht schon wieder gut los, ne? So, da steht aus dem Glück Nur eine Oh, scheiße Hallo Jo, willst du mitfahren oder? Ja, scheiß auf dich Warum wird hier so viel angezeigt? So, jetzt müssen wir Jetzt müssen wir Jetzt müssen wir Jetzt müssen wir Was Warum wird das hier alles angezeigt? Dein Bus ist kaputt Was ist jetzt kaputt? Alles leuchtet Moment Äh Hier einfach ein anderes Auto nehmen und fahren So Ah Jetzt geht es ja auch wieder Junge, der Motor war einfach aus Und keiner sagt was Jetzt sind wir wieder auf Kurs Ja, kleine Interruption hier am Rade Jetzt tun wir so, als wäre nichts gewesen, ja? Also wir sind ja super erfahren Ja, so V und 1 Geht doch Z-Bus nach Max Garage Äh Ich wusste nicht, dass es solche Antworten geben soll Hast du eine Fahrkarte? Was mit dir? Hä, aber wieso redet der denn nicht? Ich kann mich ja auch so Die Verholung von Staffel 15 von Winter der Leidenschaft Hat so viel von der aktuellen Handlung enthüllt Wieso redest du so? Wieso kann ich mich da hinsetzen? Das ist weird So, Vollgas Naja, wir fahren die Fahrt erstmal zu Ende Und dann gucken wir mal Tschüss Äh, wieso redet ihr denn nicht? Äh Seniorenticket, Tagesticket Äh, ja, eins Ich, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass das irgendwie die alte Oh, scheiße Endstation Bitte alle aussteigen Ja, raus So, aber wo jetzt hin? Nächster Halt Aber ich bin doch schon Also mal stoppen Später Also, ich habe jetzt mal Greenwood, äh, angemacht hier Die andere City Weil irgendwie Ich mich ein bisschen gewundert habe, dass meine, meine Dinge da nicht, äh, nicht laufen Also die Dialoge nicht trauen, was ist das denn? So, da kann ich doch Fahrzeuge übernehmen drücken Und dann bin ich da drin Du fährst, ich gucke nur zu Ich versuche es jetzt hier nochmal in der City Ich war eben ins Seaside Valley Die Leute waren ein bisschen stumm Deswegen würde ich mich jetzt hier nochmal darüber freuen Wenn wir hier einfach mal kurz ins Gespräch kämen Und ich mit euch ein bisschen kommunizieren darf Es redet einfach keiner Wir steigen alle aus Was soll das? Was haben die mit dem Spiel gemacht? Ah, ich bin schnell wieder hier reingehüpft Ja, geh mal Ja, ja, lass mich mal fahren hier Oh, scheiße Ja, alles gut Ja, alles gut Bremsen Sie nicht einfach, wenn etwas vor Ihnen ist Du wärst mal, wenn du einen Schnauzen hältst, wenn du mit mir redest Na, immerhin redest du mit mir Red weiter Ich darf dich jemanden an deiner Fahrkarte fragen Mein Akku ist schon wieder leer Also, Sie reden Sie geben mir keine Katze Es gibt keine, keine Katzenbilder mehr Haben Sie das vielleicht wegen mir rausgenommen? Was ist denn mit dem Spiel passiert? Ich dachte, jetzt werden mir hier 30 Katzenbilder in die Fresse hier halten Und ha ha, maunt sie Was ist denn passiert? Oh, das ist eine Straßenbahn Bitte rede mit mir Ich bin verzweifelt Hä? Zeig mir doch deine scheiß Katze Nira steckt viel Arbeit in dieses öffentliche Verkehrsnetz Ich verstehe die Welt nicht mehr Einstellungen Wir gehen jetzt alles durch Allgemein Textsprache Deutsch Audiosprache Deutsch Muss ich da vielleicht noch was runterladen? Oh, jetzt habe ich hier Schluck auf 20 Minuten später Ich habe jetzt irgendwie 20 Minuten nachgeguckt Wie man diese Scheiße hier mit den Dialogen hinkriegt Jetzt habe ich hier gegen eine scheiß Laterne, Digga Weißt du, ich dachte mir so Oh, mal wieder eine spannende Runde Bus-Simulator Die Leute wünschen sich, dass es ja so ist Ja, Mann Weißt du, dann habe ich hier gerade ungelogen 10 Minuten am Stück Nur Schluck auf Mein ganzer Körper ist nur noch am hixen Hixen, Digga Weißt du, ich meine Ich spiel's ja nicht mal Mein Körper ist einfach nur abgefuckt Vom Scheiß-Schluck auf Kicker Da kommen jetzt die Leute rein Und reden nicht Hallo Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Was für ein seltsamer Bus Äh, ja Was für eine hättest du denn gerne? Ich hatte noch nie so eine ruhige Fahrt Ja, ich auch nicht Ich schwöre, dass ich von jetzt an Mein Auto in der Garage lasse Schwörst du? Was willst du denn? Achtung, Achtung Eine Durchsage An alle Teilen Neben dem Bus Sitzende Fahrgäste Ja Äh, mein Name ist Kalle Koschinski Ich habe in diesem Jahr schon 383 Mal gestuhlt Ich habe das eine Zeit lang Sogar auf Twitter dokumentiert Und heute habe ich ein bisschen Schluck auf Das habt ihr vielleicht schon mitbekommen Nicht wahr? Ähm, da könnt ihr mal jetzt Aber ein bisschen entspannt bleiben Nur dann werden wir jetzt hier Mal eine schöne Fahrt Durch die City Machen Und ihr könnt dann hier auch Ganz normal mitmachen So, dann gucken wir mal Ob das funktioniert Hallo? Aha! Äh, wisch! Abo-Falle! Ne? Musst Schnauze mal da hinten Sie können nicht reden Niemand sagt was Menschlich Niemand redet Niemand Als wären sie verstummt Halt die Fresse Oh, ich habe fast gekotzt, Digga Dieser Schluck auf Der macht mich so fertig, ne? Ganz kurz nochmal, Mädels Könnt ihr bitte mit mir reden? Habe ich vergessen, Schnorri zu flüttern? Ich rufe Tobias an Und bitte ihn nach ihr zu sehen Schnorri? Reden einfach nicht Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll Es tut mir so leid Ich wollte euch unbedingt geben Wonach ihr mir trachtet Äh Ich kann so nicht arbeiten Ich, ich, ich kann so Ich, ich Könnte jetzt hier raus Wisst euch Wir gehen jetzt alle Was? Und wir müssen jetzt Feedback geben Was soll das? Alex, wir brauchen jetzt traurige Musik Zwei Jahre lang Wurde ich gejagt Zwei Jahre lang Wurde ich regelrecht Mit Katzenbildern Zugeschissen Ich habe heute all Meinen Mumm Zusammengenommen Um das Volk zu befriedigen Ich bin schockiert Über Die Totalsache Hicks In Klammern Ich habe Schluck auf Dass bei der Fahrkartenkontrolle Eine verbale Antwort Der Fahrgäste Der Fahrgäste kommt Das war mal anders Als kleines Beispiel Was ich meine Hier ist die Fahrkarte Und hier ist ein Foto meiner Katze Sie heißt Mount Sea Diesen Satz Den wollte ich niemals mehr hören Und all those Denk an die traurige Musik, Alex Sonst wird es nichts All those Ich habe das Spiel Zwei Jahre Hab liegen lassen Und ich jetzt hier mal wieder reinschaue Und nicht ein Katzenbild kriege Das macht mich einfach nur traurig Ich habe das Gefühl Die Welt ist nicht mehr in Ordnung Ich habe nicht ein Katzenbild bekommen Und verliere den Glauben An das Gute im Leben Wie können wir den Fehler reproduzieren? Ich bin kein ITler Gehen wir jetzt einmal in uns Und hören uns zumindest Das Ding einmal an Du, 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 du Ihr seid alle im Kopf Nicht normal Wieso wird das nicht abgespielt hier? Bitte halt eine Schnauzi Scheiß auf Mount Sea Hab einen Bauchi Und Ihrem Arsch Lass euch alle warten Zeig mir die Karten Geht nicht auf Warten Geht nicht auf Warten Geht nicht auf Bitte halt eine Schnauzi Scheiß auf Mount Sea Hab einen Fauchi Und Ihrem Arsch Lass euch alle warten Zeig mir die Karten Geht nicht auf Warten Bip, bip